Huh! Stopp! Ist ja schön! This was ours. WoW! We ruled this land. We owned the knight. Ich lass das mal so laut, ne? That man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Das ist ja hübsch! Tortured by thirst. Choking down dust. Das ist ja hübsch! Starving. Until now, our hunt begins again. Das ist ja hübsch! Ist aber hübsch. Ich mag den Stil sehr gern. Ich fand auch, wie hießen die bei WoW nochmal? Ravensword oder irgend sowas? Ähm... Bei den vier Dingern, bei dem letzten Addon. An die muss ich voll denken, nur fand ich die nicht so cool. Oh Gott! Was? Dreieck oder Sanduhr? Das ist wirklich eine Sanduhr. Haut schon. Das ist mir ein bisschen zu rosa. Sehe ich da einen Unterschied? Das passt schon, denke ich. Ich mach's hier hin. Gesicht. Zeig mal. Oh, das sieht aus wie eine Blutelfe. Ravenclaw. Passwort bitte nicht joinen, genau. Oh, die mag ich jetzt schon. Kann ich zoomen? Nee. Kann ich zoomen? Das ist der Albtraum. In Häschen. Nee. Nee. Ich will ne hübsche. Nee, du bist mir zu... zu... zu comic. Ich will die zwei. Hallo, Selvina. Hallo, Rocky. Ja, das kommt keine Ahnung, ne? Kinderprofil, ja. Immer. Kann ich zwei farbige Augen? Ich hätte... Also, zum Beispiel bei Final Fantasy 14 hab ich immer ein super dunkles und ein richtig, richtig giftgrün leuchtendes gemacht. Oder halt ein weißes und ein rotes oder so. Was ist... was... 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 Ach, lock in. Ich locke in. Ich locke alles mal in. Welches Grün finde ich denn schön? Das ist mir... also, eigentlich will ich das haben, aber das sieht so giftig aus. Kein Pink. Sieht das nicht lächerlich aus? Ich mach so ein rot Pink. Das... das... das sieht dann wenigstens nicht lächerlich aus. Frisur. Also, ich möchte auf jeden Fall Haare haben. Oh, wie süß. Das ist halt wirklich Vampir. Scheiß auf die Augen. Das sind halt richtige Vampir. Oh, das sieht voll cool aus. Sieht aus wie Rosen. Oh, das ist hübsch. Das sieht aus wie Ciri. Die 8 merken wir uns schon mal vor. Nee. Nee, da find ich die komischen Dinger da komisch. Sieht aus wie Federn. Nee, ich bin kein... kein Super Saiyajin. Oh, das ist auch hübsch. 8 und 12. Stoßzähne. Ich hab Eistüten dabei. Mag jemand? Okay, das... ist jetzt nicht so hübsch. Das wär halt voll mein WoW-Charakter. Nee, Eis können wir nicht... Sephiroth! Aber der Pony sieht so scheiße aus. Also hier müsste halt Haare drunter... Also da müssten Haare drunter sein. Das ist voll Sephiroth. Oh Gott, ich will das. 8,12,23. Ich weiß doch jetzt schon, dass ich die nehm' ich... Also kommt. Ich... Ich liebe lange Haare. Es tut mir leid. Das halt... Kann ich... Was, Frederic? Sieht jetzt nicht aus wie ein Frederic. Ich hätte gern weiß, aber das sieht alles nicht weiß aus. Das sieht schon rosa aus. Hallo, heilige Bommerkatze! Welches sieht denn natürlich aus? Ich nehm' trotzdem das. So. Ähm... Ja, gut, auf mein Blott höher. Ja, ja, ja. Das brauchen wir. Also das brauchen... Wir brauchen Blutspenden. Nehm' ich jetzt... Ich liebe schwarze Haare. Oh Gott, das sieht auch gut aus. Scheiße. Ihr wisst ja, ich hätte gern dunkle Haare. Aber dadurch, dass mein... Habe ich schon Hallo, heilige Böhmerkatze gesagt? Hallo, heilige Böhmerkatze! Notfalls nochmal. Äh... Weil meine Haare ja so hell sind, ne? Deswegen will ich keine dunklen Haare. Und ich bin momentan bei der Sonne auch echt froh. Okay. Blutbits, danke. H-Blutbits, Lunali, eine Rase, Lunali, eins, Gesen, zwei. Dankeschön. Dankeschön. Chad, wollen wir schwarz oder... Schwarz, weiß oder rosa? Wobei schwarz... Äh, weiß ist, glaube ich, besser. Also schwarz ist, glaube ich, cool, ja. Aber ich glaube, die Klamotten werden sehr dunkel. Kann das sein? Ja, Skopje, weil es muss mir gefallen. Auch rosa sagen. Ich glaube, also... Ich sehe zweimal rosa, zweimal schwarz, ja. Aber, wie gesagt, ich glaube, die Klamotten werden sehr dunkel. Und dann ist halt schwarz immer so langweilig da drauf. Ist ja... Wir machen ja auch nur ein dezentes Rosa. Ich liebe die Farbe, ne? Aber das ist... Ich will ein Zwischending. Das ist mir zu kalt und das andere ist mir zu rot. Aber gut, Merkmale. Pfff! Hallo, Alicia. Das sieht so... Oh, wie ist das rosa? Was ist das? Ach, das ist eine Schiene? Ich wollte gerade fragen, warum gibt es eigentlich als Merkmale nur Bärte? Ich glaube, wir lassen den Bad, das... Äh, Zubehör, wo? Ach, Ohrringe. Ah, die Farbe passt nicht so gut. Die Farbe passt halt, aber es wird langsam kitschig, oder nicht? Was ist das? Ah, das ist ein bisschen viel. Die hat eh schon so elfig. Oh, das finde ich gar nicht schlecht mit dieser Kette da dran. Die sechs merken wir uns. Boah, das sieht halt voll cool aus. Aber ey, ganz ehrlich, wir sind ein Vampir und kein Pirat. Aber gut, das sieht schon ein bisschen piratisch aus. Was stehst? Monokel, klar! Boah, das sieht auch cool aus. Aber nee... Sechs war's, ne? Ja. Ich nehme die sechs. Was ist der Stuhlschaden in Vampir-Style? Wer ist? Ich locke erstmal die ganzen Sachen. Frederic. Die heißt natürlich Luna. War das alles? Habe ich noch... Kann ich irgendwie... Ich glaube, ich habe alles. Leert hast du zum Aufwachen? Nö, will doch nicht. Nö, ich will doch nicht aufwachen. Also... Also... Ich... Also... Chat, was sagt ihr? Schlafen, oder? Was ist da hinten? Alter, die sind... 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 Also ich finde, wir sind ein bisschen zu sexy für ein Vampir. Ich finde, wir sind eindeutig zu sexy. Hinunterspringen? Wo... Wo springen wir hinunter? Oh! Was ist denn Leertaste? Blutschleif für einen schnellen Sprint in die... Okay. Vene freilegen? Wenn man würde was... Sammle Knochen. Wo denn? Wie denn? Knochenschwert. Hä? Wie lauf ich denn? Hä? Wie lauf ich denn? Wie lauf ich denn? Ne, denn das fand ich... Hä? Das... Das war ein Bug. Schwarte. Vampire einfach nicht verstanden. Naja, also es wurde ja immer gesagt... Ja, also diese sexy Vampire, das sind gar nicht die richtigen Vampire. Also ich bin ein bisschen verliebt in meinen Charakter. Also ich bin wirklich... So dezent bin ich ein bisschen... Äh, oh. Aua! Wie ist die Steuerung? Mir wurde nicht mal gesagt, wie ich angreife. Oh nein. Oh Gott, es ruckelt. Warum ruckelt? Warte, wir müssen gleich runterstellen. Äh... Lokal. Ist lokal. Ist lokal. Oh, dang. Don't overheard my song. Sagen die Leute, die Glitzerpire mögen, oder? Hä? Auch Glitzerpire haben ihre Daseinsberechtigung. Okay? Ey, mit war echt sexy. Oh Gott, Hilfe. Ich bin so ein Buttonsmasher leider. Ach, ich muss gar nicht töten. Beanspruch. Was ist denn... Was ist das für eine Taste? Stelle einstellt. Okay. Einige Gegenstände werden aus deinem Inventar hergestellt. Hinter mir wird's hergestellt. Vielleicht sollte ich auf die andere Seite. Kann das sein? Soll ich mich vielleicht kleiner aufmachen? So vielleicht? Oder lieber hier rüber gehen? Was sagt ihr? Besser? Wieso besser? Hallo iPlayer und Twit. Ich muss nach links schauen. Ja, aber da kommen halt immer die Sachen, die ich mache. Okay, eins ist einfach... Okay, okay, okay. 50% rüber. Ja, so ist es bei mir ja wirklich. Ich komm. Äh, hallo? Hä, was macht der? Der greift gar nicht an. Jetzt fühl ich mich irgendwie schlecht. Ich fühlte Feinde mit dem Knochenschwert. Ja, ja, bin dabei. Danke. Danke, Backseat Gamer Spiel. Die Karte ist an diesem Ort nicht verfügbar. Ich weiß nicht, wo ich hingehen muss. Hä? Hallo? Guck da einfach nicht in die richtige Richtung, die blöde Kuh. Hallo? Hallo, Freund. Ein rottender Ghul. Klingt nett. Stell ein Knochenring her. Triff Feinde mit Schattenbulzen. Knochenring? Weil da steht, was ich herstelle, wisst ihr? Und das, glaube ich, interessanter. Als hier, wo nichts steht. Ähm. Okay, der ist da. Mit Schattenbolzen ist das... Meinen die Schattenblitze mit Schattenbolzen? Ich glaube, ja, oder? Ist das ein Gegner? So. Was habe ich jetzt mit der gemacht? Hä, was ist das? Ist das ja eklig. Knochenschutz, Ohrnaht und Ungeziefer Salbe. Knochenschutz, Brustschutz. Ich brauche mehr Knochen. Pflanzenfaser. Okay. Hallo, Freunde. Aua. Leute, gebt mal mehr Knochen. Knochen. Wie kriege ich denn Pflanzenfaser? Ah. Okay, irgendwas verschneide ich hier halt. Oh mein Gott, ich mache alles kaputt. Ich bin voll der Arsch. Oh, Stein. Ich spiele übrigens jetzt das Mäntel. Wo ist die Ratte? Die brauche ich. Schaltet Rezept frei, Knochenäckste. Leute. Aua. Der schlägt doch zu. Du hast so getan, als wärst du nett. Aber bist du gar nicht nett. Ratte, komm her. Hä? Hä? Die Statue war mit Pflanzenfasern? Okay. Sägerol. Geht mir sowas von durch. Hä? Ich fälle gerade mit deinem Schwert einen Baum. Gut. Wollte ich schon immer mal machen. Ähm, was können wir dann herstellen? Also erstmal den Brustschutz. Ich habe ein Haar in der Nase. Und das Tanni das nicht. Der war eh tot. Ähm, das war schon ein toter Baum. Tierhaut. Hallo, Biodemon-Unicorn. Doch, muss er. Ja, Tanni ist da. Ich habe den von seinem Leiden erlöst. Kann konsumiert werden, um eine kleine Menge Blut zu gewinnen. Du wirst langsam an Gesundheit verlieren und schließlich sterben, wenn dir das Blut ausgeht? Ich esse die Ratte. Hä, wer? Wo kommst du denn her? Wartet mal kurz. Ich... Dankeschön, Dominic, fürs Abgift an... Tanni war es, glaube ich, ne? Warte, ich bin hier... Aua! Hör auf! Ich weiß nicht, wo die gerade alle herkamen, aber die wollten gerade Party machen. Dankeschön, Dominic, fürs Abgift an Tanni. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Die ist so viel pink. Ja! Bei mir ist viel pink. Es sind so bis zu 25% deiner Gesundheit im Kampf und durch den Einsatz von Fähigkeiten heilen. Verwende Verbrauchsgegenstände oder Blutheilung außerhalb des Kampfes. Ich finde es so lustig, wie... Jeder macht immer so mit Lesen, ne? Aber warum zuckelt die da so mit? Mir geht's gut, danke. Äh, wie kriege ich das weg? Danke. Äh, kann ich jetzt schon irgendwas anderes noch hinstellen, herstellen? Okay. Tierhaut ist ja schön und gut. Nur die Hose bisher. Ich weiß nicht, was ich von der Baul verdeckt. Achso. Achso. Achso meintest du das? Okay. Achso. Sorry. Hä? Särgesinn-Container? Roa Smaragd? Hä? Äh... Roa Smaragd? Ja, kocht oder was? Oh Gott, ich... Ihr kennt mich wie... Das ist nicht... Das ist kein gutes Spiel für mich. Ich muss hier alles kaufen. Äh, äh... Kaputt machen. Oh shit. Ich werde es wirklich spielen wie das Mantle. Was ist denn mit mir? Hä? Und wo kommt die schon wieder her? Ja. Die spawnen immer wieder. Ich glaube, ich komme hier einfach nicht weg. Ich sollte vielleicht einfach mal gehen. Ich glaube, ich sollte hier einfach mal weggehen. Ich... Ich soll hier nicht das Mantle spielen. Äh, Leute. Was ist ein C? Oh, warte mal. Okay. Das hat nicht so gut funktioniert. Warte mal. Hallo. Aua. Die war nochmal mein... Wie kriege ich nochmal... Blut zurück? Wie kriege ich nochmal Blut zurück? Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal... Ich lasse mich nicht von euch verarschen. Das hat mich gerade gemobbt gefühlt. Leider wirklich so. Verwende Blutheilung, um Blut gegen Gesundheit einzutauschen. Was auch immer ich gerade gemacht habe. Also geheilt, ja. Aber... Wo ist hier drüben? Oh, die respawnen alle, die Penner. Was hier? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu lang, kann das sein? Ich glaube, ich soll gar nicht so lang. Ich glaube, ich soll hier durchlaufen, richtig? Ich glaube, ich lasse mir zu viel Zeit, aber hey. Du müsstest ja angucken. Nee, das ist die Blutlache. Meine HP sind die da. Ich kann die nicht mal kaputt machen, okay. Ich brauche Tiere. Leute, ich brauche Tiere. Aber nicht Ratten. Oh Gott. Hallo? Oh, das wollte ich nicht drücken. Hab gefettfingert. Oh Gott. Ich wollte eigentlich hier rein. Warum suche ich eine Tür? Ich kann es doch eh kaputt machen. Also ich... Vielleicht... Also... Ich bin mir nicht so sicher, weil ich glaube, ich bin hier zu lange. Ich fälle noch den Baum, dann gehen wir weiter. Hä? Hä? Da ist ein Rad im Baum. Warte mal. Achso, die ist auf der 2. Okay. Das ist ein Grabstein. Ist der wichtig? Ich sehe nix. Ich sehe nix. Hallo, Isebonka. Ja, alles gut. Nur sehr warm. Wir sind bei 29,3 Grad. Warte. Und hier? Und hier? Stand weg. Ja. Sorry. Ach nee. Ich hasse die Armbrustmenschen. Ich finde, Armbrustmenschen sind einfach schlechtere Menschen. Also Skelette. Schlechtere Skelette. Ich finde, das ist unfair. Ich sehe nix. Was ist hier? Das ist der mit dem Stein da, ey. Ich kann doch so machen. Blöd, wenn man keinen Nahkampfangriff kann, hä? Ich denke, ich werde doch einmal unglaublich schwül heute. Ja, ich warte noch. Ich warte noch. Leider. Farbane Woods. Das klingt so, als ob es da Tiere gibt, die man töten kann. Pan-Karte? Also... Ich bin hier. Das macht eigentlich Sinn, dass ich da hingehe. Aber ich will in den Westen. Wenn ich jetzt voll aufs Maul kriege, dann ist das so okay. Ich bin sehr athletisch. Ich bin sehr athletisch. Hallo, Freunde. So. Also die Bäume muss ich irgendwie... Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie ist das satisfying. Ja, wobei der Westen ist halt, also zumindest deutschlandmäßig gesehen immer sehr warm. Ich hab's angehört und abbauen. Ja, wenn ich so... Ganz ehrlich, da muss man committen. Man kann doch nicht... Also was angefangen, das muss man auch zu Ende bringen. Das hat... Das hat mir schon immer mein Vater beigebracht. Nicht auf der Hälfte aufhören, ja? Oh Gott, die Bäume. Ach so... HerrV anonym, vielen, vielen Dank für fünf Subgifts! Viel, vielen Dank! Dankeschön fürs Subgift an Partival! Was macht der hier? Dankeschön fürs Abgift an Lars. An KFchen oder Käffchen. Nein, da kommt ein Zombie-Horizon-Arena und Sisulisko. Sorry. Sir, bitte belästigen Sie mich nicht. Vielen, vielen Dank, Herrfrau Anonym. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die 5 Abgifts. Mann, jetzt schon wieder. Vielen, vielen Dank. Ich habe hier ungewollten Besuch. Ähm, sorry. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für die 5 Abgifts. Und Dankeschön, Dominik, für die 5 Abgifts. Vielen, vielen Dank für das Abgift an Thor, an TheGreyTopsen, an Muffelchen, an Antti Willkommen und an Mr. DJ. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Herrfrau Anonym für die 5 Abgifts. Vielen, vielen Dank. Und Dankeschön, Dominik, für die 5 Abgifts. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und hallo, DarkNightRain. Und hallo, Sisulisko. Hallihallo. Warte, wir haben noch einen Baum übrig. Zwei sogar. Vielen, vielen Dank für die Abgifts. Dankeschön. Kannst du dich bitte umdrehen? Danke. Dankeschön, Lörker, für die 100 Bits. Dankeschön. Vielen Dank. Mach das Segeholz weg. Ich hasse Bäume. Also, ich liebe Bäume, aber ich hasse sie, dass... Also, warum kann man sie abbauen? Seht ihr jetzt, warum wir das Mantle nie gespielt haben? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr damit glücklich geworden wärt. Oh Gott, Frank. Ruckel. Oh Gott, Hilfe, ein böser Wolf. Wie nähren. Ich will mich nicht nähren. Ich brauch das. Hey, jetzt warte doch mal auf mich. Ich hab ein Reh gegessen. Ich hab ein Reh gegessen. Jetzt ess ich einen Wolf. Okay, ich muss sie essen, damit ich... Damit ich Loot bekomme. Okay. Weil bei dem einen hab ich getötet und da hab ich keinen Loot bekommen. Hallo, Lima. Ich hoffe, dir geht's gut. Und schön, dass du da bist. Hä, was war das? Was war das? Nähren. Bleib bei mir. Essen. Leute, ich bin hinter euch. Es macht schon Spaß. Also, ich bin ja überhaupt nicht so... Diablo und so Spiel... Liebhaber und so, ne? Aber es macht schon Spaß. Es macht wirklich schon Spaß. Verdorbenes Herz kann konsumiert werden, um eine kleine Menge Blut zu gewinnen. Ändert deine Blutgruppe auf undefiniert. Ich kenn meine Blutgruppe eh nicht. Hä, wie? Max? Was war Max? Wo ist Max? Warte, ich hier ist ein... Nee, warte mal. Ich glaub, ich muss hier durch. Hier hin, glaub ich, ne? Wohin teleportier ich mich da? Kannst du nicht teleportieren, während du Ressourcen trägst. Oh, jetzt warte doch mal! Ich versuch hier grad, das Spiel zu leeren, okay? Unhöfliches Pack. So, also wir stellen jetzt einen Knochenschutzhandschuh her. Und dann noch die Stiefel. Na, die war. Gleichfalls. Vampirvalheim. Ich bin so gespannt, ne? Also wir haben ja noch nichts gesehen, aber ich weiß, ich bin das Problem gerade daran, dass wir nicht weiterkommen. Ich weiß, es tut mir leid, aber wenn da irgendwas zum Looten ist, dann muss ich's looten. Und es fällt mir echt schwer, das Ganze hier stehen zu lassen. Tut's mir wirklich. Ich versuche wirklich mein Bestes. Fälle Bäume. Hä, nein! Och, wieso? Wieso zähl? Wir tun so. Also, wir müssen Bäume fällen, Chad. Oh, das ist einfach schade. Oh, da hab ich ja gar keinen Spaß dran. Essen. Also, für mich musst du schon früher aufstehen, ja? Boah, ich mag das. Es macht echt Spaß. Also, es macht wirklich Spaß. So, allein das mit dem, mit der Leertaste, also das hier mit dem Blutschleier da, wo man so schnell rumbeamt und so. Hast du nicht was freigeschaltet? Wo denn? Wo hat mich was freigeschaltet? Ich hab nix gesehen. Achso, ja, ja, die Knochenachse. Aber ich muss ja Bäume fällen. Wir haben ja erst einen von drei. Dankeschön für den Hive Train, Leute. Vielen, vielen Dank. So, jetzt haben wir drei Bäume gefällt. Das hatten wir davor halt nicht. Okay, wir haben vier gefällt. Egal. Äh, Knochenaxt. Okay, jetzt kommen die verschiedenen, äh, also es gibt wahrscheinlich verschiedene Waffen, richtig? Und jetzt werden die mir so eins für eins. Weil das kostet halt genauso viel wie das Schwert. Das macht genau das gleiche wie das Schwert. Und dann kommt's nur darauf an, was man lieber will, ne? Also, wenn es meine Blutgruppe ändert, will ich das nicht. Boah! Hä, das macht ja viel mehr Spaß. Ich bin voll die Wikinger-Vampir-Braut. Ich bin voll die Wikinger-Vampir-Braut. Ich stelle eine Keule her. Brich Felsen in Stücke? Ja, okay. Große Wirkung auf Mineralien und Steine hat, okay. Vegetation und Dickicht. Wirkung Holz. Hä, es ist... Okay, das ist ja mega cool gemacht. Also, ich dachte halt wirklich so, hä, ja, Axt, Baum fällen, hä, hä. Aber das macht ja wirklich mehr Schaden. Also, Schwert ist halt gut für Gras schneiden. Axt für Bäume fällen. Und Keulen. Für Steine... Wie ist Hannes Rising? Ich bin noch nicht so weit. Bin ich ein... Bin ich ein Sonnenvampir? Er ist ja mega cool. Ist es nicht der? Äh! Wo gehe ich denn jetzt hin? Leute! Das ist was zu essen und ich kann es nicht... Äh, wo sind denn... Also... Kannst du mal eine Game-Reaktion hier? Scheiß Sonne! Ich sollte nicht die Bäume fällen. Die Bäume sind Freunde. Ich bin eine Kreatur, steht da oben. Sollen die Kacke. Schlosszentrum und Grenzen? Klar, warum fange ich auch nicht mit einer Hütte an? Warum nicht gleich ein Schlosszentrum? Warum ist hier so neblig? Darf ich hier sein? Hier ist auch Sonne, aber zählt die schon? Hallo, du sollst nach da. Okay. Aber das ist ja wirklich mega cool gemacht. Das sind ja Waffen, Waffen. Hey, jetzt hör auf, Sonne! Dreh dich auf die Sonne einfach. Was soll denn die Kacke? Ich sterb hier. Oh Gott, ich muss niesen. Oh, oh. Dankeschön, Dankeschön. Mach's gut, also, Spiel. Ja, wirklich. Ah! Hallo, das ist voll gewonnen. Geh. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, Tobi. Bauen. Ich möchte aber hier gar nicht bauen. Warte, wenn ich, wenn ich... Ist aber hübsch hier. Wo will ich denn bauen? Also ein Teleporter... Hier ist doch schön, oder? Hier ist doch... Hier ist doch freie Fläche. Wir versuchen mal, unbeschadet da hinzukommen, ja? Freund, hast du keine Probleme mit Sonnenlicht? Ich bin neidisch. Also, bei mir sind hier 29,5 Grad gerade. Also, ist schon ganz kuschelig, nicht wahr? Hier ist Wasser unten. Oh, ich kann gedrückt halten. Ich drück die ganze Zeit wie so ne Dumme. Oh, ich iss aber hübsch. Aber viel zu viel Vegetation, da passt ja nix hin. Also, oh. Oh, wie hübsch. Hä, wieso kann ich da nicht durch? Wieso kann ich da... Ich hab Angst vor Wasser und Sonne. Ich bin wirklich typisch. Gamer. Okay. Essen. Hä, warte doch auf mich! Dankeschön. Boah, diese Sonne. Verstehst du? Angriffsstufe zu niedrig, bitte was? Oh, hier sind Blumen. Guck mal, da sind Rosen. Hä, du bist rot. Ist das gut? Ich glaub, ich geh da lieber. Also, wegen der Sonne. Nicht, weil ich Angst vor dem Typen hab, ne? Das ist für mich wie bei Pokémon Snap. Ne, Quatsch. Wie hieß das? Arceus. Arceus. Ja, ja. Also, mega kalt hier. Wo baue ich denn? Hier vielleicht? Also bei dem Golem würde ich ungern bauen, bin ich ganz ehrlich. Ist der immer noch da? Also hier ist es eigentlich ganz hübsch, aber hier... Wasser ist ja mein Problem. Wo kann man denn? Ich brauche ja schon Platz. Ich meine, ich baue ein Schloss, nicht wahr? Ja, was denn? Ich glaube, man baut größer... Hä? Wer seid ihr denn? Äh, aber die Leute sind hier anders. Ich glaube, ich sollte das woanders bauen. Ich sollte das, glaube ich, noch gar nicht hier bauen. Mann, gib mir mal die Axte, die sind besser. Die machen voll Schaden! Oh mein Gott. Ich mache irgendwie nicht so viel Schaden. Ich habe Sachen bekommen, die ich, glaube ich, nicht bekommen hätte sollen. Ey, wir gehen nochmal zurück. Wir bauen da jetzt was Kleines, ja. Wir bauen halt einfach nochmal neu danach. Oh, Moon is rising. Sowas Schönes habe ich noch nie gehört. Wie war das nochmal? Was musste ich nochmal drücken? Ne, das war es falsch. Wie war das nochmal? Wie kam ich nochmal in dieses Auswahlrad? Ah, hier. Ich glaube, hier kann man das wohl echt reden. Die Gebäude meinst du? Gott sei Dank nicht. Also Gott sei Dank weiß ich von Haus aus, dass ich sowas nicht mag. Ja, wo gehen wir denn hin? Erweitere dein Gebiet, in dem du Grenzen setzt. Soll ich vielleicht ins andere Gebiet? Ich bin im Westen, nicht im Osten, ne? Weil hier... Aber ich habe Blut und da hieß es, kann ich nicht mit teleportieren, richtig? Wenn du Ressourcen trägst. Äh, ich muss mal kurz Nase putzen, die Leute. So. Heißt mit heißer Luft, dass sie aufsteigt? Ne, so voll mit heißer Luft, dass es hier heiß wird. Aber hier ist ja wirklich kein Bauplatz, oder? Also, jetzt mal ernsthaft. Das sieht doch richtig feiß aus hier überall. Und ich weiß nicht, wie froh ich bin über den Nachbarn Berggolem. Oder Steingolem, oder was das war. Ich bin noch nicht zufrieden. Ey, was ist das denn hier? Das ist meine neue Hut. Und was sagt ihr? Ja, wir gucken jetzt einfach mal. So, wo ist denn mein Schlossding? Wie mache ich denn Schloss? Ich habe das Herz meiner Domäne heraufbeschworen. Von diesem Ort aus werde ich mein Schloss wieder aufbauen und zu meinem einzigen Ruhm aufsteigen. Baue und interagiere mit einem Schlossherz. 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 Wo ist denn ein Schlossherz? Wo ist denn ein Schlossherz? Was ist ein Schlossherz? D war Baumenü. Ah, danke. Danke. Ungefähr 10% bebaubare Fläche in der Nähe dieses Standorts. Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass hier kein Platz ist. Wo ist denn das? Ja, hier sieht doch gut aus. Da ist doch schon fast ein... Was ist das? Aha. Der Schrank bei Rust, okay. Aber hier ist doch schön, oder? Obwohl hier geht's... Warte mal. Hier ist halt ein kaputtes Schloss. Aber das ist halt auch so eingeengt dann. Ich meine, es ist schon groß und so, aber... Schloss ist los. Nein. Oh, nee, da kommen die wieder. Die sind blöd. Ich finde halt die Grafik super schön, ne? Aber eigentlich ist es ganz schön hier. Komm, wir benutzen das. Ich baue den, glaube ich, da oben hin. Ich tue einfach so, als ob wir PvP-mäßig spielen, ja? Ähm. Ich meine, so ein Schlossherz, das muss doch ins Herzen... Äh, in das Herz des Schlosses. So. Hier, oder? Hier muss doch sowas hin. Messegelände? Hä? Große Fläche, 60%. Große Fläche, 70%. Messegelände, 60%. Game come on rain. Ey, 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 obacht ihr, ja? Vielleicht doch lieber nach da unten. Aber das sieht voll cool aus mit dem Effekt. Äh. Wartet mal. Hier rüber. Nee, kein Baum. Das ist meine Heimat. Geh weg. Warum habe ich jetzt so einen blöden Baumbad hier? Kannst du aufhören, mein Schloss kaputt zu machen? Ich glaube, das wird nichts, oder? Also, ich meine, ich würde den schon tot kriegen. Das ist es nicht, aber... Das dauert ja drei Jahre. Ah. Wobei... Ich meine, der muss weg. Kann diese Rache, ja? Also, es geht runter, oder? L-Ring-Light, ja, wirklich. Die Bosse dauern halt genauso lang, aber es nicht, weil die so schwer sind. Also, Entschuldigung, aber ich... Also, Baummenschen in meinem... Meinem Bauplatz finde ich nicht gut. So, das ist so, dass der Bauch schon... Nein, nein, nein. Das ist nur, weil ich so gut bin. Ähm, ich habe dem... Also, meine Special Super-Krass-Ability draufgehauen. Deswegen ist er jetzt verwirrt. Hä, was... Hä, was war das denn jetzt? Oh, das ist ja gemein. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ob das so ganz gut ist gerade? Wer bist du denn jetzt? Nö, ich! Äh, Leute! Leute, was ist denn jetzt? Hör auf! Nein, hör auf! Ähm, ich... Mir geht's gut. Keine Sorge, Leute. Mir geht's richtig gut. Mir geht's richtig gut. Was ist gerade passiert? Ich fand... Also, das war jetzt Mobbing. Ich bin noch nicht so beliebt. Ja, verstehe ich gar nicht. Dabei habe ich doch so einen hübschen Charakter gemacht. Ich meine, also... Wie kann... Wie kann die denn nicht beliebt sein? 2 RP hätte es bestimmt geschafft. Ja, ich... Ich war halt... Oh, Gott, Hilfe. Ähm, wartet mal. Ich war halt... Also... Vorsichtig. Sag mal, die Ratte bringt ja gar nichts. Wo ist ein Tier? Also, eine Ratte ist auch ein Tier. Aber ihr wisst schon, das war ein... Und erst mal, ist ein Tier. Aber ja...